Das Mile-Funktion-Shirt von Essex kann ein idealer Partner sein für deine Trainingseinheit auf der Laufstrecke oder auch im Fitnessstudio. Durch Verwendung von einem sogenannten Motion-Dry-Material hast du eine angenehm trockene Haut und ein perfektes Feuchtigkeitsmanagement. Mesh-Einsätze im Rückenbereich geben zusätzliche Belüftung. Und auch im vorderen Bereich hast du die Möglichkeit, durch den Reißverschluss weitere Belüftungen individuell zu regulieren. In einer kleinen Reißverschlusstasche an der Seite kannst du kleine Laufutensilien wie MP3-Player oder auch den Autoschlüssel unterbringen. Diese Tasche hat auch eine Kabelöffnung, sodass du bei Bedarf dein Kopfhörerkabel innenliegend nach oben führen kannst. Und sollte deine Laufeinheit mal bis in die Dämmerung reichen, kein Problem, das Shirt besitzt reflektierende Details. Zu diesem Mile-Half-Sip-Shirt von Essex gibt es natürlich auch noch eine passende Tide. Und du kannst diese Essex-Kombination in unseren Runners Point Filialen bekommen oder gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.